Mann, was soll die W***e? Hey Baby! Du hast meine ganzen Uniform zerschnitten? Ich hab die Vor- und Nachteile abgewogen und eine Entscheidung für unsere Familie getroffen. Ich denke, es ist für alle das Beste, wenn du nicht auf die Schule zurückgehst. Wir müssen die Hochzeit planen. Cassidy! Sag meinen Namen nicht so. Cassidy! Lass es sein. Mein Name sozusagen, ich mein es ernsthaft. Cassidy, das ist jetzt wirklich kein Witz mehr. Ich geh definitiv wieder auf die Militärschule zurück. Ich hasse dich! Hey! Fuck! Warte! Hey, was soll die Scheiße? Natürlich stirbst du nicht. Wir werden uns doch einmal in der Woche sehen. Ich kann nicht mit dem Traum für dich! Los, mach die Tür auf, hey! Was soll die Scheiße, Mann? Diese Verlobung ist Bullshit! Was? Was soll der Mist nicht? Ich hab 100 Dollar dafür bezahlt, jetzt komm schon! Fick dich! Fick dich! Fick dich! Was? Oh mein Gott! Was willst du von mir? Was soll ich machen? Du Vollforsten, heirate mich, bevor du weggehst. Du liebst mich, oder? Worauf sollen wir da noch warten? Okay, wieso nicht? Heute noch? Ja, natürlich. Aber hast du einen gefälschten Ausweis? Ja.